So Kinder, Schätzlichen Willkommen zu der weiteren Runde der virtuellen Bundesliga 2. Season in Liga 1. Die erste haben wir mit einem Titel abgeschlossen, sind ja natürlich jetzt auf dem Platz 6 vorgedrückt. Platz 6 Deutschlands, 3305, alle Meisterschaften bzw. alle Titel geholt, geht jetzt natürlich in die ersten drei Spiele rein. Der zweiten Saison, Saison, in Liga 1. Versuche wieder den Titel zu holen und BAM! So was zu gehen heißt, Werder Bremen, los geht's, Alter, Schalke spielt gerade in der UEFA Champions League, also da nämlich jetzt auf, falls sie jemanden basiert, haben gerade einen 1-2-Ausgleich basiert, schade. BAM! Dafür mach ich das 1-0. Haha, 2-0-E, 1-0, BAM! What the fuck, alle Bob-Abdieter, ne, Altitop, Altitop, Alter, lässt die komplette Abwehr hinter sich stehen, mit Bass-Scoop-Turns. Tricks, schau's, alter, leck mich am Arsch, hacken Spitz, 1 zu 3, lange, eh. BAM! 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 Hahahaha, alter Bayer ist das ein Boss, springt über alle Grätschen drüber, verzichtet auf die Elfmeter freiwillig. freiwillig und ballert dann schön auf die Beweilung 3.0 mehr wollen ein Tore machte ein Tore der Klappe Klappe oder das Rettet mir wieder mal schön bei der Tore der Differenz und Tore hier geil 5 oder 20 Minuten Klappe Boreller Klappe wurde macht machte auch sich nicht ein Tore Klappe er ist auch da 6 0 Karlsbrach man kann sagt man 6 0 ich muss jetzt die Tore das wird es noch mehrere Tore glaube ich werden im Schnelldurchgang hier Miroslav Klose in Brasilien 5 da geht noch mehr lol 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 ich hoffe nur dass ich da geht noch mehr wie geil ich feiere den Typen mal sowas von hart auf 174 ha 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 ich hab bei Haar ich feiere dich der Fräsch bei der Differenz der Tore wird man sowas von auf ich die auch begonnen naja was einen 22 0 22 0 das müsste man geben 22 0 Alter das ist sowas von einer Aufmerksamkeit für die Tore von den 24 0 geil 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 Noodle 24 no das muss man geben ab dem Zugnis-Erlauben der Region der Tore wird von mir an plötzlich 4,416 Tore alle ist es krank ist es gerade der Halt an die Struktur so nächste Gegner Bayern Bayern 4405 jaosi erlaubt lord und die Dinge würd ich so nie in Behandlung mehr schwer zu kommen so ein Lappenalter so ein hässlicher Kacklappenalter wieder ist eine scheiß 015 eine blöde Flanke jetzt hat es wieder drauf ja jähriger Kacklappenalter startet es an also nur Flanke die Große hat vorne drin stehen diese Tricks aber wir haben uns eigentlich super herzlichen Glückwunsch der Kabel war gar nichts so ne voller offensive Power 0815 was ist das für ein Lappenalter kapistig kapistig aus FIFA und Spaß alter drecks 0815 Wichse ich wie ich diese 0815 Lappen hasse alter wie ich euch hasse ihr dreckigen Sposten alter nix können sie alter nicht nicht spielen können sie die Lappen 0815 nur Aschloch ne alter wie gesagt ich hab nix dagegen wenn mich Leute 5-0 schlagen haben geskillt waren gut aber nicht gegen solche ja ist klar ist klar mit vollgas auf dem kippo und wir hatten das wäre jetzt 2 1 gewesen hoch verdient in den spaß diese 2 0815 uhr und so Tore alter der Platz mir krank bei diesen 0815 Lappen ey ja das ist noch noch mal so schlimm noch mal so schlimm wie 0815 die 0815 du musst du wenigstens noch einmal können es ist aus dem straf der kreisler ist noch mal so schlimm weil da musst du wenigstens noch ich weiß dafür können dann musst du das das musst du optimieren das musst du einfach das musst du können aber aber hier hier 0815 da kannst du da kommst du die Hölle dazu was von in die Fresse haben lp in die fresse in die fresse 15 was auf ein flacher ball in die spitze verdient das ist jetzt für den kapitel elendige stück scheiße ich bin stolz auf dich der lappen hat was gelernt so 21 65 minuten der anschluss treffe das war das wichtige das war der momentum bräcke der momentum bräcke das ist kill war junger bambam 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 und schuss jetzt 22 hast du das gesehen jungen hast du das gesehen dass das ist skill nicht das was du wachst du elendige kacklappen alter schön rausspielen schön kombinieren dann vom tupi beruhig mal rausspielen das sowas machen nicht einfach ball vor dreschen und vom tor stehen oder warten es wird wieder unterliegen das war das war wenigstens besser ausgespielt als seine anderen tore trotzdem das war immer noch tiefe schublade barm junges so geht es so geht es der meister 1 2 4 und 3 2 innerhalb von hier elf minuten das spiel gedreht durch drei tore hast du gesehen dicker wird so hässlich 015 welt mit mal kein spieler bisschen skills sollte man auch noch haben den schreibe ich eine freundliche nachricht gutes game freue mich dank für das spiel der bessere hat gewonnen wieder 08 15 alter wie kann man nur so du musstest du mittlerweile mal gelernt haben dass diese scheiß ball dich verlieren lassen 08 15 jetzt kommt eine flanke die bringt da du das das ist nichts mehr du lappen ja manchmal überzeugt halt auch der den ausgehen und die und die lappigkeit die lappigkeit der absolute no skiller wahnsinn der absolute no skiller hat getroffen 89 minuten bitte das ist ein spieler von könnte sein dass er sich gezerrt hat ja aber ja alt die job mit dem 4 zu 3 dicker in 1 die freude krieg keine grenzen ist sogar ein super ja neis ja ne das ist es ist ja eigentlich nicht so wert ist es ich weil es war ja bloß gegen so den no skiller ich darf mich eigentlich nicht wollen das war schon das war schon blamache dass es noch so knapp wurde 4-3 für mich, sowas von verdient Dicke, tschüss, ne? Ja, ich sag tschüss Nächstes Spiel, Servus Nächstes und letztes Spiel dieser Serie Gegen den Hamburger SV Gegen, was weiß ich, weiß ich noch nicht Lukas 2 Lukas 2-2-1-0 Lol Lol, einfach Einfach ausgeschwanzt Einfach, der hat ein paar Machtverhalten Und ich weiß nicht, wo hingehen Mach das einfach rein Einfach, mach da rein Schon wieder kein Bock mehr, sehr offensiv Go Nein Geh halt rein, ey Wenn es 5-0 für mich steht, geht das Ding rein Alter Der spekuliert nicht mal, dass ich den Gegenlauf Also wenigstens ist kein 0 auf 15 lose Das rechne ich dir schon mal hoch an, Digga Hast zwar schon einmal gemacht, aber das hält sich in Grenzen Mal wieder Mal wieder, 1,1 Schoam, Park, Baller, das Ding ist lange Alter, der geht halt Gleich Nein 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 Also relativ, 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 was nicht, der hat zwei Chancen, Kap, macht zwei Buden um der Kinder haben hier auf Fall der Kieler lief wenn auf Ballannahme die er komplett bevor das bedeutet einen einen von Tüller und befolgt Klapp bei dem Barmolz ausgleichen 2 2 er hat er mit der und er wird leicht der wird leichter haben hier das ist vom Dorf der Kammer ganz leicht vorbeilaufen da wird er wieder richtig nervös wenn es vor sein tor geht da kann man richtig schön einschießen 2 lukas 2 2 1 0 2 2 wir was kann aus als bitte 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 nein ich habe gedacht ich habe darauf spekuliert es ist abseit nein es kriegt kein absatz kein absatz kein absatz viel drüber auf keine ahnung wen und er macht das ding mit dem 3 zu 2 in der 58 minuten so muss das laufende gehörst bücher ist Barm Joge Barm alle 4 zu 2 bei Baller wie gleich darauf ist 3 zu 4 1 für mich noch 4 zu 3 er ist seit ich hier also bleiblich bleibt da heiss kalt vom Tor gut es wird mal halten für sich die Flüge 4 3 immer noch der machte ein auf preisure machte ein auf preisure ob mir das ding nahe also ich muss sagen der hat in seinem spiel in dem ganzen spiel vier chancen gehabt ab hier einfach durchgelaufen der spekuliert nicht mal drauf und wie die krieg zu machen oder so scheiß da hat er noch glück beim abschluss ne unverdicht ja da geht bloß über die außenbahn dieser hässliche lappen der müller jetzt kommt die flucht was auf der spekuliert nicht mal rum und wie hier klicks zu machen im scheiß egal einfach durch die flanke wenn man das ist unentschieden was ab sagt bitte bitte abseits nicht aus nicht aus nicht aus bitte nicht aus dem die mir zum ball die mir mal kommt es wäre und sowas von unverdienendes unentschieden jetzt werden ver der kontrolle flogen ja leider unentschieden das war's wurde scheiße eigentlich total unverdient der telefon an vier chancen gehabt scheiße also gut jungs servus